hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren folge hier bei 19 marsch vision 2.2 wir sammeln wieder ein stroh ein vorweg einmal ein dickes dankeschön an alle die fleißig mal geschrieben haben weil sie mal geliked haben und fleißig zugeschaut haben ja das dafür schönen dank dafür jeder hälfte mir sehr den gewissen prozentsatz zu erreichen und um für andere auch vor sport neue vorschläge zu bekommen dass man da den zuschauer bereich erweitern kann ein dickes dankeschön dafür ja wir machen weiter mit dem rest stroh auf feld nummer 18 aktuellen fahrt weg dann wird stroh weggefahren von feld nummer 1 und feld nummer 21 aber mit dem ladewagen geht das normale lager rein und wir fahren von feld 18 und gepresst wurde auf 50 ist fertig mittlerweile da muss ich auch noch und dann haben wir so weit stroh alles weggesammelt auf dreizeit oder wenn man um den ladewagen nehmen und so weit ist und einer frei ist da wollte ich jetzt nicht pressen da wollte ich jetzt einfach mal warten bis der ladewagen frei ist und geht da auch los ja unser neues lager hier bei dem schwein mein gut das anheit auch gereicht aber wir nehmen halt ein neues so dicht bei weit fahren und das drehen und zurück hätten unsere vorderwissen abkürzen können aber so ist halt so ne tanken auf jeden fall leer haben wir tanken ja sonntag dann habe ich heute auch mein pensum geschafft samstag abend und morgen halt nutze ich die zeit zum hochladen und bearbeiten da ist ja noch einiges so sieben folgen bearbeiten und sieben und 14 folgen hochladen gut das läuft dann eben bei das ist ja nicht bei der schlimme bilder bearbeiten noch alles nächste aber das haben wir auch ein bisschen mehr trainiert kann man sagen feste abläufe da geht ziemlich zügig anführungszeichen aber das ist halt so ne wo ich mit youtube angefangen habe da habe ich diese ganze arbeit nicht gesehen ich habe nur das spiel gesehen muss ganz ehrlich sagen dieselbe zeit die spiele wo sie auch mit bearbeiten einplanen vielleicht ein bisschen mehr als andere neue programm das arbeit wissen länger muss ich mal sehen dass ich der titeltext auch auf der jahr links drauf kriege also mit einer programm enthalten der art stelle so und erstellen das stroh wieder abladen und dann gleich wieder hoch vorfeld 15 dann können wir den chip tunig hier entlassen nicht zum hof zurück schicken weil dann steht am weg so dann machen wir gleich die innern sich und wir gleich mal reingeschubst so das hätte nicht und dann z und dann wieder um und dann ändern sich c dann geht es zum feld nur 50 wenn man lichter machen ob es nicht so dunkel wird ein dunkel wird dann gehen wir die anderen fahren ja machen ja weiter die arbeit wo wenn es schnell läuft dann ist es grunde wurscht dann schaffen die auch nichts das ist ja nur schnell laufen von der zeit nicht von der arbeit wenn die auch so automatische fahren auch schnell laufen würde dann würden wir was schaffen aber so ist passiert ja normalerweise nur die zeit weiter die arbeit läuft normal weiter ja man sieht ob morgen gras gewachsen ist dann können wir noch heu machen wenn morgen trocken ist damit ja nicht kein regen wenn du ganz kurz 8 tonnen das sollte auch nicht weiter problem sein hier sind wir normal temperiert der rechner voran war ja auch 70 grad dachte eigentlich das problem nicht gelöst aber ja wahrscheinlich drin zu warm keine ahnung wo jetzt eigentlich geht also sagen wir so ich brauche ich keine heizung in der ganzen monat nicht da mache ich heizung noch nicht nur so teuer ich hatte schon aktiviert gehabt die mal wieder in ansicht wenn das zum klussballen wir sehen haben und dann noch mal vorbeifahren schön haperstroh das feld haben wir uns zugekauft und hier werde ich auch raps reinbringen oder gras gras ging auch und dann könnte man sagen okay wir können noch mal schau mal nachher morgen bis man die strohballen wegkriegen dann ist das nächste also das muss so erst passieren könnte nochmal rein theoretisch das könnte man machen ich hatte ja vorgehabt das so zu gestalten zum beispiel dass wir das gruppen und dann gedüngen müssen wir müssen vor düngen das heißt wir gehen mal zum hof 13 mal noch die sind noch bei 12 könnte ich düngen gut dann machen wir mit 12 einsteigen mal gucken nehmen wir ein düngelfahrzeug und schicken mal auf 12 das ist karg drin dünger reicht sogar aber wir werden dann mal einfüllen kann auch noch platz braucht für neun dünger das tor retten wir ja nicht weg von den ball können die ja arbeiten kurz soll die dünger da sein ja eigentlich 40.000 44.000 reicht dann gehen wir das gleich nächsten fahrzeug mit gruppe hinterher das müsste eigentlich nicht die gruppe werden aber dadurch das können wir ja prinzip so machen dass wir prinzip mit einem ritt alles gedüngt bekommen noch im herbst dann haben wir im frühling da beziehung in der beziehung weniger stress dann haben wir auf der 12 ist ja die ecke also die rampe hoch den deich dann nach rechts und nach links nach oben da das stroh haben wir da schon gesammelt müsste alles weg sein großes feld das geht das können wir so machen dann machen wir da raps rein 12 weil das er mit direkt sagt mit rüber das funktioniert dann nicht vor extra gruppe habe ich probiert das klappt nicht und erst mal die text zu ändern also dann geht's dann zählt als zweites malen sonst ist nur einmal gedüngt da ging der strohball gibt doch gar nicht ich war dann hier nichts bei kann sein dass es stört nein wir schaffen noch nichts wir müssen einen kurs nehmen gut kurs generierung feldkurs machen zwei vorgewendet waren wenn wir noch modus ändern auf dünnen und hier ist schon und einschalten ganz hinten auch 60 50 müssen wir alle 50 hinfahren und das auf zwölf ich dachte schon die ballen werden weg gewesen naja gut aber ja blöd sind wir jetzt hier mit lehrer durch vielleicht klappt das düngen ja sogar den stroh können wir eigentlich verkaufen normalerweise das ist ja heizkraftwerk zahlen dann ganz gut in anfügung zeichen den entlassen wollte ich auch noch naja heute bin gruppe nix mehr ah nee man so viel auch immer machen will und ich kann mal anders ja lass dir mal dünnen hoffe da kommt keine meldung hier durch trainereifen oder so was ne aber blocking blocking das anders jetzt keine ahnung kann sein dass der andere hier beim stroh fahren blockiert wird aber heute nicht stören also heute ist irgendwie durch stroh fahren noch voll wenn es geht und das problem lösen heute nicht mehr man muss ja auch nicht ne oder das fertig kann auch sein und rechts die meldung kommt was kann sein keine ahnung ne wird irgendwo stehen nicht weiterkommen so gehen wir voll machen noch dass wir dann in einer woche halt hier auch noch dünnen können als nächstes als wenn die beiden wiesen dann da kommen die 33 oder die 19 und die 36 dafür getreide reservieren denn das haben wir das problem mit der fruchtfolge das problem sind wir nächste wochen wir neu starten alle dann kommen wir sehen der hat das und das problem gehabt wie gesagt stroh ist ja ein bisschen so wäre wohl nicht von reich aber wir haben genug zur zeit aber wir nehmen es halt mit ne und dann machen wir auch kein getreide dafür können wir in thüringen viel getreide machen können wir alles hier herbringen ne so eine flacke seit die uhrzeit ja video länge ist mal ganz wichtig und wenn zu kurz geschaut wird dann ist es von rhythmus besser algorithmus besser dass man den durchschnitt nach oben drückt ne dann dürfen wir eigentlich nicht zu lang sein so 15 minuten bis 18 ist vollkommen ok aber jetzt haben wir auch nicht gleich aufhören ich möchte gerne den noch zum hof fahren den abschnitt abschnitt erledigen aber ich kenne den dürrschäden das kriegen wir müssen mehr regeln also so zeigt hat hier 67 68 geht fort immer blocking da muss ja irgendwo doch was sei nicht aber wie gesagt da können wir jetzt nicht mit nichts machen so voll jetzt Richtung Hof und beim nächsten mal wenn man entsprechend sehen wir dann Grund ist das könnte eigentlich nur Strohsammelwagen sein entweder hat er sich irgendwo am Zaun festgefahren was sein könnte oder es auch sein kann dass auch ein Fahrer eben blockiert eher unwahrscheinlich kein hingeschickt aber wenn wir das sehen gleich sehen wir das gleich wir fahren das mal zum Schweinehof ne und machen da mal das Stroh abladen dann haben wir allein unser Lager genug Stroh für auch für nächstes Jahr ein bisschen weniger Getreide machen würden ne jetzt hat die Erfindung globaler Markt ist ja ganz praktisch ne die Straße verpasst kommen wir auch rückwärts schau gar nicht hin ein Spiegel ist Nebel so da sind wir wieder jetzt können wir aber gerade ausfahren ich werde den Lüfter vom Rechner ich weiß ja nicht oder so hat so 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 gleich links fahren ich rechts und dann ist auch schon die Folge zu ändern ne so liebe Schauer das soll es dann auch schon für heute gewesen sein ich sag mal schön Dank fürs reinschauen ja nächste Woche geht es hier weiter auf der Marsch mit einem neuen Tag ich werde dann vorher schlafen ist ja dunkel ne und dann beginnt den Tag halt früh um 6 Uhr von vorne äh äh weiterhin Aussaat vorbereiten da ist die Gruppen und dann die die Sämaschinen schon mal parat halten ne äh 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 da schon mal mit der Rapsaufsaat beziehungsweise Gras äh Gras können wir schon aussehen das geht kein Problem und dann können wir auch Raps dann demnächst auch noch aussehen ja das soll es dann für heute gewesen sein ich sag mal schönen Dank fürs reinschauen äh tschüss tschau bis denne und tschüss und noch einen schönen Rest runter und noch einen schönen Rest runter tschüss tschüss tschüss